Ach, die baue ich hier hin. Wenn ich mal endlich die Kohle für hab. Ah, tut es gut, das Plus zu sehen. Aber ich muss jetzt echt gucken, dass ich hier erstmal das ganze Ding hier in Schwung krieg. Ah, ein paar Häuser können hier noch ausbauen in der Nähe. Eine zweite Werkzeugproduktion könnte ich hier erstellen. Ich will es ja nicht übertreiben, aber wenn ich es brauche, brauche ich es eben. Weil es einfach für die Leute besser ist. So. Nein. Nicht genügend Baumaterial. Was fehlt denn jetzt noch? Fünf Werkzeuge. Komm. Registriere Energieknappheit. Ja, ist mir recht. Deswegen baue ich jetzt auch sofort. Sofort den hier. So. Nicht genügend Baumaterial. Ist klar, ne. Komm, ein Werkzeug. Zack. Sie dürfen ausbauen. Sie dürfen ausbauen. Dann ist ja super. So. Jetzt muss nur noch die Produktion hier steigen. Oder die Geldproduktion, dass ich endlich das Schiff bauen kann. Oder hier mache ich noch so eine Unterhaltung rein. Aber für das habe ich noch zu wenig Knete. Also. Deswegen ist mir das gerade ein bisschen egal. So. 1500. Wie viel brauche ich denn für mein Schiff? 3000. 15 Munition. Na super. Aber will ich die Munition dann auch noch produzieren wieder? Nö, 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 du. Geht ja mal voll nicht. Äh. Wo ist denn die Munition hier? Ich finde die Munition nicht. Sind sie nur unter Echoes? Echoes 2 hier. Spiel gespeichert. Ah, zum Glück speichert das Spiel immer schön zwischen. Eisen habe ich doch genug, oder? Stufe 2 Eisen habe ich noch. Jede Menge. So. Jetzt aber hinne hier. Ah, gleich ein Plus von 400. Schön. Mein Städtchen wechselt und gedeiht. Das sieht man gern. Wie sieht's denn mit Nahrung aus? Immer noch gut. Die Tech-Nahrung. Oh, die Fläschelchen. Wird etwa das Trinken zu langsam produziert? Das ist aber nicht schön. Wieso hast du nur 92 Prozent? Kannst du mir das erklären? Du genauso. Ungewöhnlich. 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 Verstehe ich nicht ganz. So, und wie sieht's jetzt aus hier mit dem Schiff? Jetzt fehlt's Roheisen. Ich dreh durch. Dann kommst du hier mal aus dem Quark. Dann produziere ich hier Stahl. Kommt, Leute. Kommt. Energieversorgung mangelhaft. Ja. Ein Windrad, bitte. Kommt, Werkzeug. Danke. Geht doch. So. Man dürft hier endlich mal alles palettig sein. Oh, Mann. Da hab ich eh bald wieder alles aufgebaut, wenn's hier so weitergeht. Der läuft auf 99, der auf 2. Wo? Kontor ausbauen. Ach, nö. Muss ja nicht. So. 3 Munition haben wir. Ach, hier war Munition. Und 13 Stück haben wir schon. Und 13 Stück haben wir schon. 15 brauche ich. Ja, genau. Haben wir eh gleich. Dann stelle ich hier mal die Produktion auf 0, dass hier das Eisen nachproduzieren kann. Dann stelle ich hier nochmal auf 0, so. So. Seht ihr hier etwa unzufrieden, weil ihr nicht mehr aufsteigt. Ja, Getränke werden mau. Dann bauen wir die Getränkeproduktion nochmal aus. Muss ja sein. Wird zwar wieder teuer, aber was tut man nicht alles für die Technologie. So, das brauche ich. Dann brauche ich die Kaffeeböhnchen. Nicht genügend Baumaterial, wunderschön. So, komm, 4, danke. Was brauche ich hier? Ja, ja, ja. So. 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 7 von 7. Brauche ich hier 6 Stück von. 4 von 6, 5 von 6 und 6 von 6. Eine Straße, bitte. Hier rum, genau. So. Und dann brauche ich natürlich auch noch den Getränkeproduzenten selber. Was fehlt denn? So, kommen 3 Werkzeuge. Die haben wir doch gleich. Äh. Ich will doch nur Getränke produzieren. Komm. 2 noch brauche ich. 2. Registriere Energieknappheit. Minus 1. Kann ich hier kein Gezeitenkraftwerk reinzimmern? Nö. Ist doof. Die können wirklich nur unter Wasser Energie produzieren. Ist irgendwo doof? So. Dann kriege ich hier endlich mal wieder alles gebacken. Mein Geld steigt. Ach, wunderschön. Vielleicht kann ich auch noch die Forschungsanlage bauen. Mal sehen, mal sehen. Steigt eigentlich mein Eisen. Mein Eisen, mein Eisen, mein Eisen. Nein, es ist fallend. Deswegen Werkzeugproduktion aus. Ich habe doch hier auf Pause gedrückt. Dann drücke ich hier noch auf Pause. Und jetzt hier mal kurzzeitig Ruhe. Dann kann hier mal Eisen nachproduziert werden. Ich könnte aber auch noch ein zweites Eisenwerk bauen. Wenn ich genug Werkzeuge hätte. Vielleicht liegt noch bei denen viel genug rum. Sieht aber nicht so aus. Komm, eins. Ich will jetzt das Ding hier produzieren. So, komm. Lad weg den Scheiß. So. Dann geht das schon. So. Ich glaube, ich baue jetzt gleich noch so ein Tech-Labor. Man könnte noch ein paar mehr aufsteigen. Und ich könnte mir Kohle scheffeln. Und ich habe die Kohle total vernachlässigt. So, komm. Ein Werkzeug noch. Warnung. Produktion gestoppt. Was? Kar... Karbonfabrik. Aha. Ja, Karbon ist es. Wieso? Ihr müsst leider dran glauben. Ach, nee. Zack. Dann mache ich hier... Eine Straße. Äh, ich wollte eine Straße. Hier. So. Zack. So, und wieso ist jetzt die Produktion von der Karbonfabrik gestoppt? Die Kohle fehlt. Na, super. Und brauche ich noch, um Kohle vorkommen. Und wo kriege ich das her? Ja, da hinten. So. Oder hier. So, da schon eher. Nicht genug Ressourcen. Wie immer. So, jetzt komm hier. Ah, egal. So. Wenn's Karbon ausgeht, scheiß ich jetzt mal gepflegt.